ja hallo leute frisch geschoren unterwegs am mellensee heute mal auf hinweis eines abonnenten von mir hatte ich mir das heute einfach mal angeschaut und ist eigentlich sehr schön hier der see ist zwar etwas zugebaut aber wir haben uns trotzdem das angeguckt ich bin nämlich nicht heute allein unterwegs sondern mit silvi die da hinten ist und mit ferdi hund ja viel spaß beim video wir sehen und hören uns tschüss so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.